herzlich willkommen disconnected von new user eine weitere runde hier mit minecraft weiter mit jan weil ich gerade nicht so ganz weiß wie ich wirklich das dach bauen soll leute ich habe irgendwie gefällt mein kopf ich lustig also dass nämlich aus wenn das integriert wäre die läuft man nachher sowieso nicht mehr drin herum also richtig gefallen tut es mir nicht ich habe keine ahnung ja es ist halt einfach mal so darf ja auch mal sein das war nicht ich jan bitte in dem dichter mal nur einmal niemand anders macht tschüss funktioniert das dann so oh scheiße bin ich drunter gefallen nein bin ich nicht mir gefällt mir das hier nicht machen ich habe das irgendwie heute aber auch ich habe keine ahnung irgendwie komme ich nicht auf den nennen heute okay unsere trufe ich kann man schon öffnen er liebste wieder ganz gebäude immer mal abreißen wenn ihr mit uns spielen möchtet sucht einfach mal den clan olaf richtig und geht dann in der reihe wo nicht 20 millionen sind sondern wo acht drinnen sind lohnt man eigentlich nur gucken ob glabur und ultra drin sind wenn ihr den gefunden habt dann könnt ihr in dem sinne mit uns zusammenspielen juhu meistens sowieso keiner aber ja egal so könnte das jetzt einigermaßen gut aussehen glaube ich schon leute ist auf jeden fall nicht so hoch also das muss man jetzt auch mal sagen muss ich nur mal gerade gucken wie wie viel haben wir hier gemacht da ist die schuhe 1 2 3 4 5 5 wer 1 2 3 3 und 5 1 2 3 1 2 3 dann 1 2 3 aber brauchen wir noch 5 noch 2 also das wäre 3 4 5 bis hier 3 5 ja ich glaube in unserem fluss werden wir wohl kein leben mehr haben gehe ich zumindest mal kaputt ist aber so ein hinten fischen spawner einsetzen aber mit der wieder tinten fische spawner warum machen die leben aber aus tintensäcken kriege ich doch kein leben äh keine ziel oder bin ich jetzt falsch vom kopf schon klar weil ich nämlich ultimativer geiler glabur bin das sehe ich anders das sehe ich anders das ist eigentlich ein Wind um das ist eigentlich ein Wind um das ist eigentlich ein Wind um auf zu flennen hier was sind wir denn im flennverein na mein lieber wie heißt du halt die fresse ich bin flenn ich bin flenn für der nachtmann ja muss das sein jemals muss schlafen ich laufe zum bett wie ein springendes kängurig hüpf 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 ich liege ich schlafe kann schon wieder kommen ist Tag hell echt wo sind denn bei dir Zombies genau unter mir irgendwo jawohl hier auf den Gang erstmal schön Bratkantoffeln gefressen hier alles voll gekrümmelt Hehehe Hallo Wir brauchen zu Hause im Glück Hilfe Hilfe Hallo Hallo Wie geht's euch? Ganz gut Ok Hier sprecht euer Führer Hahahaha Bitte alle stillgestanden Ok Alle bitte einmal den Mittelfinger ins Loch stecken Entschnasen Hahahaha Hahahaha Und Video gesperrt Was machen sie hier auf meinem Podest? Ich baue jetzt ein Podest weiter Hier spricht euer Führer Hahahaha Ok jetzt Schluss Ich muss mir ne Schaufel bauen Und muss leben Ich baue dir meine Schaufel Ja ich baue mir ne Schaufel Der Führer braucht die Schaufel Hahahaha Ahhhhh Ganz lustig Hahahaha Ganz Amazon Ja Hä Warum Nein Wieso kriege ich denn keine Schaufel? Hä? Äh du Scheiße Zwei Stickys Und oben ein Jetzt geht's Toll Ja Wieso hat das denn eben gerade nicht geklappt Leute Habe ich da was falsch gemacht? Muss ich zurückspringen Brrrr So gun ACC 王 Nein hab ich genauso Man hat das haus nicht fertig bekommen wir hatten ja hier alles tiefer gebuddelt nein das ist die heizung die moderne und es sind nicht toll das sind keine fackeln mann dann war nur düsen antrieb ein bisschen stürme stellten vor scheiß alter ich werde doch hier niemals mehr leben finden aber gar kein leben doch leben heißt da ich sehe hier nichts im dunkeln kann ich nicht nicht so doof geht das lassen wir meinen rechner einrichten von microsoft akzeptieren ja akzeptieren ja ja fertig okay Windows 10 überträgt deine ganzen daten und wenn du n-word benutzt auch aber trage deine mutter nach microsoft error juhu ich habe leben gefunden wir werden hier nichts mehr mit gucken wie das besser wird ich nicht nächstes mal werden wir wieder auf hier nochmal machen was ich hier für eine scheiße gebaut habe ja ich muss leben suchen alter das kriege ich heute noch hin ich habe 24 das reicht doch ne ja klar so ganze ganze welt mitbauen wenn hier ein block groß ist hier ist eigentlich noch ganz schön viel also wenn ich jetzt nicht mit gerechnet ich habe eigentlich damit gerechnet ich komme hier hin und hier ist gute hose was wir auf jeden fall noch machen werden ist die welt updaten und dann hier das plugin für die map einfügen glaube ich oder ich weiß nicht ob uns das was bringt im spielerischen herr ja gut aber wenn wir wirklich auf wanderschaft gehen wollen weil uns fehlen ja noch einige äh produkte items items heißt es kevin nicht Produkte ja mal hoch nolz brauchen wir ja immer noch haben wir immer noch nicht für kakao oder so Leute es ist mega dunkel einfach in der Aufnahme ist es eigentlich gar nicht so dunkel Aufnahme ist heller wie ne doch nicht also da ist es so dunkel da sieht man ja nicht mal mehr die Hand vor Augen das war mit Absicht falsch gesagt Leute oh 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 Goldmine ja 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 Junge oh ich habe schon dreieinhalb Stacks das geht schon ne das ist schon ganz ok das ist schon ganz ok dass wir hier eigentlich überall waren ist eigentlich gut was schnauft hier so so cool die macht Moog aber dreieinhalb Stacks ist eigentlich nicht viel ich glaube weil ein ne zwei oder drei ist immer ein und lockt ja weiß es nicht so genau auch hier hinten ist schon das offene meer alter von hier sind wir gekommen ich bin auch genau dran erinnern alles aus klaus 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 dann kommst du geschnallt geschneid noch ein bisschen was das problem ist ich habe kein bett mitgenommen 20 minuten 1 2 minuten weiß noch nicht ob sich das jetzt lohnt mit jetzt sechs nach hause zu gehen aber hier ist es halt jetzt ich hab bin halt jetzt hier nur noch direkt am meer weißt du hier ist es echt scheiß in tief die kacke hier ja auch nicht in der sache eigentlich das sollte erst mal reichen gehen wir dann brennen und was war davon haben ach da draus werden ja diese ziegelsteine und aus ziegelsteine muss ich dann noch klötze machen ach fuck so war es ach gut so viel brauchen wir aber auch nicht mehr wer hat ja nur eine idee wie ich das vorne dann noch verziere man sollte das eigentlich ganz okay sein denke ich hätte mir ein boot mitnehmen sein vielleicht leichter geworden ja so da kommt eine epische abrede wartet noch auf mich ja ja meine vögel die drehen so durch was ist mit denen los zurzeit im sommer hörst du sie kaum jetzt wird es winter alter und drehen so die drehen so durch das ist unnormal wenn einer von euch wellenssinnig hat warum ist das so würde ich gerne echt mal wissen das ist kein scheiß im sommer haben wir die gar nicht gehört alter jetzt drehen die sowas von durch ja wirklich ohne scheiß man da kriegst du angst alter jetzt auf mein podest wieder schlafen ja gut dann mache ich gleich epischer es wird hell das ist prima ich sage auf wiedersehen mach mich nicht so scheiße an mann ich muss abrede machen der führer sagt vergesst dich zu abonnieren und daumen nach oben zu drücken bis übermorgen sagt dem penis auf wiedersehen schreibt in die kommentare tschüss penis bis morgen tschüss tschüss